Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Patrick hier und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial für FIFA 15. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Anstoß-Trick verteidigen könnt. Viele haben mich ja gefragt, ob ich sowas mal machen kann und ja, hier ist es nun. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und weitere Tutorials findet ihr in dieser Playlist hier. Einfach den Bildschirm anklicken oder dem Link in der Videobeschreibung folgen. Zunächst erkläre ich euch mal, was das eigentliche Problem beim Anstoß ist. Aus irgendeinem Grund ist es so, dass eure Spieler kurz nach dem gegnerischen Anstoß nicht in der Lage sind, Lücken zu schließen. Es fühlt sich so an, als wären sie in ihrer Ursprungsformationen versteinert. Dies hält ein paar Sekunden an, die reichen dem Gegner aber meist, um ein Tor zu erzielen. Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, so ein Tor mal gegen mich bekommen zu haben und damit euch das nicht mehr passiert, werde ich euch jetzt ein paar Tipps geben. Eins vorweg, ihr braucht mindestens einen Mitspieler, der euch nach dem gegnerischen Anstoß hilft, den Ball zu erobern. Im Hintergrund seht ihr ein Beispiel, wo mein Mitspieler letztendlich den Ball für mich erobert. Genau das werde ich jetzt für euch analysieren. Wenn der Gegner anstößt, sind alle Spieler auf ihrer vorherbestimmten Position. Das hängt natürlich mit der Formation zusammen. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund scheinen sie in dieser Position für einen kurzen Moment gefangen zu sein und der Gegner könnte leicht durchlaufen. Aber hier müsst ihr handeln. Im Normalfall wechsle ich zu meinem Spieler am Mittelkreis, der dann nah am Anschluss dran steht. Oft wird er dann direkt an eurem Spieler vorbeilaufen, aber das ist erstmal okay. Ihr müsst nur sicherstellen, dem Gegner mit eurem Spieler anschließend zu folgen. Wenn ihr das gemacht habt, wechselt zu eurem Spieler, der sich nun im ungefähren Laufweg des Gegners befindet. Ein zweiter Spieler wird also involviert und das ist der Schlüsselmoment. Direkt nachdem ihr zu diesem Spieler gewechselt habt, startet mit dem sogenannten Mitspieler-Verteidigen oder Mitspieler-Pressing. Das ist sehr wichtig und funktioniert mit dem Halten von RB auf der Xbox und R1 auf der Playstation. Nun wird der Spieler, den ihr zu Beginn des gegnerischen Anstoßes kontrolliert habt, dem Gegner weiter folgen und ihr kontrolliert den zweiten Spieler. Bringt diesen zweiten Spieler in den Laufweg des Gegners. Dadurch minimiert ihr den Freiraum und die Möglichkeiten des Gegners immens. Nun gibt es zwei Situationen. Die erste wäre, dass euer Mitspieler sich den Ball vom Gegner schnappt, wie in diesem Beispiel. Die andere Situation sähe so aus. Bringt den Spieler, den ihr kontrolliert, in den Laufweg und stellt den Gegner durch die A-Taste auf der Xbox und der X-Taste auf der Playstation zu. Normalerweise solltet ihr dann auch den Ball bekommen. Wenn ihr euch sicher fühlt, könnt ihr den Gegner natürlich auch mit einem Tackle oder einer Grätsche attackieren. So, der Schlüssel zum Erfolg ist also, dass man mindestens einen weiteren Spieler involviert. Das klappt natürlich auch alles, wenn der Gegner einen anderen Weg wählt. Wechselt eure Spieler, bringt den ersten mit nach hinten und benutzt das Mitspielerverteidigen, um den Freiraum für den Gegner zu minimieren. Mithilfe des Zustellens könnt ihr den Gegner ausbremsen und leicht den Ball erobern. Es ist also wirklich einfach, aber ohne den Mitspielerverteidigen werdet ihr nicht den gewünschten Erfolg haben und auch mal ein Tor gegen euch kassieren, sofern der Gegner gut ist. Ihr könnt je nach Situation auch einen dritten Mitspieler involvieren, dies wird natürlich den Effekt erhöhen. Alles klar Freunde, wenn euch dieses Tutorial hier geholfen hat und ihr noch weitere Verteidigungstipps haben wollt, checkt mal mein Defending Tutorial auf Deutsch aus. Einfach den Bildschirm anklicken oder dem Link in der Videobeschreibung folgen. Die dort erklärten Tipps werden euch sicherlich auch gegen den Anstoßtrick weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und mich abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, tschüss.